Spiel mal Laila im Radio. As it was, war das Mikrofon, ist Milo Romani und im Sommer wird mir immer viel zu viel Schlager gespielt. Wissenschaftlern zufolge feiern die meisten Leute Schlager erst mit 1,2 Promille im Blut. Darum machen wir jetzt hier mal musikalisch was ganz anderes. Ich hab'n Puff und meine Puffmama heißt Laila.